Hi, ich bin Wiebke. Ich kümmere mich bei den Produktionen hauptsächlich um die Kommunikation mit den KomponistInnen und auch um die Abwicklung der Verträge. Ich bin Katharina und ich kümmere mich bei UBM hauptsächlich um Kommunikation und PR. Hi, ich bin Jana. Ich bin vor allem zuständig für textliche Aspekte unserer Arbeit hier, das heißt für die Produktionsbeschreibungen, die Albumtexte. Ich bin Jonathan, Reich ArtistInRapertoire. Ich kümmere mich hier um die grundlegende kreative Strategie des Labels. UBM Records ist ein Musiklabel und Verlag in Berlin. Wir stellen Produktionsmusik her. Produktionsmusik ist Musik, die im Hintergrund läuft. Das heißt, wir haben ein umfangreiches Archiv mit Musiken, die für TV-Produktionen, für Filmproduktionen, aber auch für Podcasts und eigentlich audiovisuelle Produktionen aller Art eingesetzt werden können. Unser Katalog ist durchsuchbar zum Beispiel über unsere Website. Das heißt, man gibt einfach ein Schlagwort ein wie die Stimmung oder ein Instrument und kommt dann zu der entsprechenden Musik. Zusätzlich bieten wir Playlisten an zu aktuellen Themen, auch gern auf Wunsch unserer Kunden. Und wir bieten gerne individuelle Musikberatung an. Für alle Tracks, die man bei uns auf der Seite findet, kann man bei uns auch die Nutzungsrechte oder Lizenzen einholen. Dadurch ist da musikrechtlich alles abgedeckt bei der Produktion und die KomponistInnen erhalten auch den ihnen zustehenden Betrag. Dass wir schon auch sehr nischige Sachen haben und offen sind. Man kann es immer gut ansprechen, wenn man Musik oder ein passendes Lizenzmodell sucht. Synthesizer Musik, interessantester Genre. Das reicht eigentlich, oder? Wir beraten auch sehr gern. Das reicht. In die richtigen Musik und das passende Lizenzmodell zu finden. Musik